. Nee, die gehen gar nicht. Auf gar keinen Fall. Oh mein Gott, die sind perfekt. Ja? Ja. Kaufst du die mir? Wir wollten auch Schuhe für mich kaufen. Partner-Look? Wer sind diese Schlampen? Eine Bekannte eben. Jetzt kommt das Wichtigste. Safety first. Fun second. War schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Maria. Ich glaube, ich muss kotzen. Gelöcht. Maria ist meine Tante. Nessi? Gelöcht. Nein. Mhm. Ich bin eigentlich nicht im Grunde. Ich bin jetzt eben hier. Wir sehen uns, wie im Bilden. Wir sehen uns. Auch wenn wir Sie. Ich bin jetzt. Wenn wir nicht in die Landverschmeldungen sagen. Wir sehen uns, wie im Bilden.